. Ja, das Dächster holt und schlag die Hunde seiner Gegner ab. Aber mal Anfänger. So, alle legen. So. Ich werde mitgehen. Aaaaaaah. E-Call-All-In-Fold-Call. Ja, ja. Dann legen wir mal die ersten drei Karte, wenn wir Glück haben und auch nicht. Ich bin raus, das sieht ja mal oberschwul aus. Hier ist man raus. Das Blatt ist scheiße. Ja. Ich krieg mal. Ah, dann werden die sieben. Fuck. Nee, das wäre nicht so gut geworden. Ich werde ihn schlagen. Ich werde ihn schlagen. Ich werde ihn schlagen. Oh, fuck. Zwei Paare, er hat aber keine Chance gehabt. Zwei Paare, wie haben die denn das jetzt gerechnet? Da liegt doch noch... Der hat doch mal mindestens ein Full-House. Ach nee, mit dem was er hat. Okay. Dann machen wir. Das gefällt mir. Kann ich mit T-English oder die Musik wechseln? Nee, kann ich nicht. Oh ja, das ist gut. Da gehen wir mal mit. Na, auf. Ich bin doch was. Nicht drin. Du bist da. Ja, machen wir mal. Was ist denn? Ich gehe mit. Hä, Schwein rausgekickt. Ich hole. Ich werde checken. Ich checke. Sehr schön. Ich checke. Drei. Ich checke. Ich checke. Sieben, acht. Ja, wir haben noch mal. Ich gehe mit. Ich gehe mit. Ich gehe mit. Ich gehe mit. Ja, wir machen einfach mal Check und gucken was wir kriegen. Haben wir zumindest ein bisschen über was gewonnen. Ich checke mal. Ich möchte's tun. Ich gehe mit. Ich gehe mit. Ich gehe mit. Und, ich gehe mit. Ich gehe mit. Ich gehe mit. Ja, ich bin einfach ein bisschen blöd. Und auch ein bisschen überliefert. Was haben wir denn? Sechsenfünf... Boah, da können wir, da können wir mitgehen. Ja, dann machen wir mal noch so, dann machen wir mal dahinter. Ich gehe mit und er höre. Ich gehe mit. Wieso geht ihr alle mit? Wieso gehen alle mit? Alter, sie müssen alle ein gutes Blatt haben. Man lässt sich blöffen, wie ist das? Ich reiche dich. Was habe ich? Fünf, sechs, sieben, acht... Wenn das dann... Boah, aber waschen wir mal mit. Das ist ein guter Pot. Ja, na gut. Yes! Ich habe eine Roadstraße, oder? Fünf, sechs, sieben, acht... Nee, scheiße, da fehlt noch was. Neun... Ach, scheiße. Ich will noch eine vier oder ne neun haben. Irgendwann, das wäre schon mal eingelassen. Ach, das wäre ja zu schön geworden. Ach, scheiße. Was? Was? Ey. Wir verlieren so. Nee. Ach komm, mach mal all in. Wir haben eh verloren. Ich will jetzt hier nicht so lange... Ich will hier nicht so viel Zeit verplappen. Kannst mich nur Videomaterial. Ich will hier nicht so viel spielen. Recht gehabt. Hm. Tja. Äh... Idee war gut. Doch, doch die Karten waren zu klein. Recht gehabt. Hehe. Da bin ich wohl raus. Alles klar. Nee, ich bin raus. War da schön mit euch, Jungs. Wunderbar. Dann gehen wir mal. So, jetzt müssen wir auch wieder mal Poker spielen. Ist cool. Ist cool, ist cool. Aber ich habe ein bisschen so viel Geld, deswegen war das jetzt kein Beinbruch. Und hier holen wir uns auch mal gerade wieder ein paar. Wunderbar. Jetzt fahre ich aber mal zurück mit meinem Seat. Das ist Jetski. Ich muss auch noch mal nach einer Medizin suchen, weil da habe ich ein bisschen was verbraucht. Ah ne, wir gehen da rüber. Genau, wir gehen auf die Insel. Jetzt haben wir noch das antike Ding ein. Ah, hier haben wir auch. Dann können wir Medizin machen. Wunderbar. Und zack. So, dann stellen wir uns gerade mal noch eine Medizin wieder her. Ja, jetzt sehen. Wunderbar. 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 So, sehr schön. Hm. Hm. Im Vergleich zuerst ist es ja ziemlich angenehm. Äh, zum letzten Mal. Wo war es hier? Ah, hier ist die Treppe. Ja. Und jetzt 20 Dollar. Alter, hier wird man noch ein... Oh. Schön. Hütte. Ah, hier ist ein Relikt. Ich wundere jetzt allerdings, dass hier immer noch keiner... Oh, wir haben Fähigkeitpunkte erhalten. Die Spinn ist am meisten in der Tarnung. Wuhuhuh. Wuhuh. 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 Ich... Warte mal. Wie kommt man denn da dran? Liebe Freunde. Wie kann ich denn nochmal machen? Ah, so. Ich wusste doch, man kann da durch. Stell mich auch mal an. Und 23. Wunderbar. Weiß ich jetzt auch. Wunderbar. Ja, warum hab ich das eigentlich nie vorher gemacht? Oh, einfach blöde. Nehmen wir mal hier noch mit. Oh. Okay, wir gehen erstmal zurück. Die Sonne geht wieder auf. Und wir begeben uns zum Lager, um ein bisschen Schmummöker zu verkaufen. Müll, den wir nicht brauchen. Und dann machen wir nochmal, ähm, Fähigkeit nochmal beibringen. So. Ich bin echt nicht fähig, diese Treppe, diesen kleinen Weg hier hoch zu gehen. Wunderbar, hier, verkaufen wir mal ein bisschen Scheiß. Schnellverkauf. Wow, zu viel. Gefällt mir. So, wir haben noch einiges an Weißen. Okay. Schauen wir aber mal gerade. Ich würde gerne... Schaut finden im PS. Gibt es hier echt nichts anderes? Doch, hier sind es doch, die Forstwaffen. Kriege ich denn die Aufsätze her? Hm. Die 6P9 oder die da... Genau. In einem Magnum. Ich glaube, ich bleibe bei denen und sie ist auch umsonst. Da geben wir mal noch... Ich kann die sogar anmalen. Jawohl. Hm. Wie machen wir sie uns? Was machen wir da dran? Nachtsicht. Schalldämpfer. Jo, machen wir das dran. Wunderbar. So, dann gehen wir nochmal zurück. Wir haben noch... Schalldämpfer, Schalldämpfer, Konsumartikel, Spezielles. Was haben wir denn da noch? Ach, das wollte ich mir nämlich noch kaufen. Dann können wir den Leuten nämlich helfen beim Reparieren von ihren Autos. Jo, das kommt da unten hin. Wunderbar, und wir gucken noch Sturmgewehr nochmal rin. Ähm, wir kriegen ja das auch umsonst. Vergleichen wir das mal. Schadenbeweglichkeit. Ne, wir bleiben bei der AK. Obwohl wir die uns noch anpassen. Ne, das macht leider gleich genau. Ja, ich kann mit Wirklichkeit besser. Das hilft uns nicht. Das haben wir hier. Mal vergleichen. Und das haben wir hier. Die F1. Ah ja. Ach, das ist die. Okay. Die MS16. Eine Schussfrequenz ist blöder. Mehr auch nicht. Kann ich die noch... Ne, kann man nicht anpassen. Ich bleib bei dem, was ich hab. Das ist so, wie es ist. Eigentlich wunderbar. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem, das Spiel. Man kann, muss aber nicht. Gut, hier geht nichts. So, das laden wir mal gerade nach. Oder nicht. Wir lassen es einfach so, wie es ist. Hm. Jo, ist okay. Wir gehen jetzt, nachdem wir das jetzt alles haben, und hier auch mal Pokerspielen waren. Endgültig zu der Mission, wir machen die mal. Das ist, wenn ich schon da jetzt einfach den Weg folge, und dann rechts laufe. Bisschen Auto. Hey, kannst du mich mitnehmen? Hallo. Ihr könntet mich auch einfach mitnehmen. Na gut, das ist aber so. Dankeschön. Achso. Na gut. Das ist doch cool. Jo, nice. Das ist irgendwie lustig. Das ist irgendwie lustig. Das hat unseren Sieg vorhergesehen. Scheiß Piraten. Ja. Okay, dankeschön. Hat mir gefallen. Ja, Sucke. Wow. Weil ich so fähig bin, so schlau bin. Alter. Ist gut. So, Leiche blindern. Na, das hat sich ja rentiert. Hm, ich bin jetzt voll zusammengegangen. Wo ist das? Wo muss ich hin? Fahren wir einfach mal. Da fahren wir hin. Checkpoint. Das läuft gut. Das läuft gut. Ich bin jetzt. Das ist ja nicht mehr. Ich bin jetzt voll zusammengegangen. Ich bin jetzt auch mehr. Ich bin jetzt aber auch noch mehr. Ich bin jetzt voll zusammengegangen. 38 Dollar. Ich dachte jetzt. Das ist echt nichts. Gut. Ich glaube das ist ein... Ah hier. Tatsache. Edelstein lässt uns gut Geld geben. 30. So. Hier haben wir auch noch eine Kiste. Ticke Münster. Sehr schön. Sniper Mission. Machen wir gerade mal die Sniper Mission hier. Kommst du denn da drauf? Ja, das kann nicht schaden. Schafft Schützen. Schafft Schützen aber verloren. Äh. Erstmal Training. Hier liegt die Mitte. Stehen den. Ja. 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 Das ruckelt aber gerade ein bisschen. Fuck. Ich muss 10 erreichen. Das ruckelt. Okay. Das läuft ziemlich, ziemlich gut. Sehr schön. Ja. 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 Das war doch das Problem. Okay. 16 müssen wir erreichen. Nein, voll daneben gewolzt. Ey, was ist denn los? Ist ja unsch... Ich wollte schon sagen, es ist aber nicht... Oh, blitt. Achtung, Achtung, Achtung! Das war super. Du wirst null. Okay. Gut. Jo, ne, find's auch. Jo, das hat ja gut funktioniert. Ähm... Wir gehen dann jetzt grad mal das Rennen hier machen. Würde ich sagen. Dann haben wir das auch mal gemacht. Mach mal erst mal Training. Nur damit ihr mal gesehen habt, was ich mal machen muss. Woho, Jet Ski rennen. Woho. 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 Was ist denn was? Alter, ist klar. Da lagen was. Da lagen, da drüben, und über die Rampe, juhu. Los, los, vorne müssen wir hin. Ja, weil wir's können. Wahnsinn! Wahnsinn, das ist unglaublich! Jo, wunderbar. Wissen wir auch, wie das funktioniert. Ok, ich würd aber mal sagen... Ja, ne, war cool. Ähm... Gibt's hier noch irgendwas? Das Relikt hol ich mir mal grad noch. Und dann war's das auch schon. Okay, jetzt soll das hier sein. Weil hier ja auch ach so viel ist. Hier. Okay. Erstmal die Kiste plündern, gehen mal hoch. Und dann gehen wir noch mal runter. Und schauen nach... Mit dem Relikt... Nochmal hoch. Ist ja wohl nicht so schwer, oder? Hier. Ah, da ist's. Haben wir... Nehmen wir auch noch mal mit. Sehr schön. Wir holen uns hier noch die Kisten. Und hier unten. Haben wir auch noch... Oh, Scharfschützenbohnen. Sehr schön. Okay, und den haben wir jetzt auch noch das Zeug mitgenommen. Ups. Ah, Handbuch gehen wir grad noch mal durch. Dann haben wir das auch noch mal. Mantarochen haben wir hier. Ledigt. Bullenhai. Ich schließe das mir jetzt nicht alles durch. Das wird zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Was ist das? Briefe gefunden. Relikte. Hei. Der Hei steht für Stärkung Brutalität. Er ist der umsträmmende König der Meer. Hei-Relikte findet man unter Wasser. Wildschwein-Relikte. Was denn jetzt noch? Ist hier noch nix? Gut, das war's dann. Ich kann nicht aufhören, da ist auch noch was. Und wir sind schon echt steinreich. Jetzt haben wir schon fast wieder 6000. Und äh... Wir spielen einfach zu gut. Nein, gut. Das war's dafür. Wir wünschen euch noch was. Ich bin Harteffekt. Bis dann. zu FuckBerry 3. Zu FuckBerry 3. Doppeliert. O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. zö strongu-o-o-o-o. Vielen Dank.